Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zur vorletzten Folge unserer Gesamtübersicht über das Buch Jesaja. Wir haben schon so viele interessante Kapitel und Passagen beleuchten können, wenn auch nur in einem generellen Überblick. Das persönliche Studium von jedem Einzelnen gibt da die Gelegenheit noch viel tiefer hineinzutauchen. Wir haben ja auch immer ein Sendemanuskript mit vielen weiteren Bibelstellen, wenn man sich einzelne Sachen genauer anschauen möchte oder später das Ganze noch einmal vertiefen möchte. Wir wollen uns heute mit den Kapiteln 56 bis 60 beschäftigen und bevor wir damit beginnen, möchten wir Gott einladen, unser Denken zu leiden, uns mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen, damit wir sein Wort so verstehen, wie er es gemeint hat. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir das Buch Jesaja haben und dass du auch heute durch dieses Buch und durch die Worte, die wir darin lesen werden, zu uns persönlich sprechen möchtest. Herr, wir sind nicht würdig, vor dich zu kommen, aber Jesus ist würdig und in seinem Namen beten wir, denn wir brauchen dein Wort. Wir brauchen das, was du uns dort hineingelegt hast. Wir brauchen deine Lehre und wir brauchen deine Gegenwart. Wir müssen deinen Charakter besser verstehen. Und Herr, so bitten wir dich, dass du jetzt unser Lehrer bist, dass jeder Einzelne, der jetzt zuhört und zuschaut, dass wir alle etwas lernen dürfen von dir, dass wir merken, dass du persönlich zu uns sprichst und dass wir Freude haben, dein Wort zu lesen und zu durchdenken. Das bitten wir im Namen Jesu, der für uns jetzt eintritt. Amen. Wir haben uns das letzte Mal mit diesen besonders wertvollen Kapiteln 52, 53, 54 und 55 beschäftigt, wo das Evangelium eine solch eindeutige und klare Art und Weise beschrieben worden ist. In den jetzt folgenden Kapiteln wird es um Themen gehen, die sozusagen auch die Anwendung des Evangeliums auf unser Leben beinhalten. Fangen wir an in Jesaja 56 und dort Vers 1. So spricht der Herr, bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, um herbeizukommen und meine Gerechtigkeit, um geoffenbart zu werden. Gott möchte uns nicht nur erlösen, er möchte auch, dass wir gerecht leben. Er möchte uns seine Gerechtigkeit schenken, nicht, dass wir weiter ungerecht anhandeln, sondern dass wir seine Gerechtigkeit auch üben. Sein Heil ist nahe, seine Gerechtigkeit, um geoffenbart zu werden. Wir lesen in Römer 1, Vers 16 und 17, dass in dem Evangelium, in der Botschaft der Errettung durch Jesus, durch den Glauben, die Gerechtigkeit Gottes sich offenbart. Um dieses Evangelium geht es ja hier schon in all den Kapiteln. Vers 2, wohl dem Menschen, der dies tut und dem Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweinen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Interessanterweise wird jetzt hier der Sabbat als ein besonderes Kennzeichen erwähnt. Etwas, das Gott sich wünscht, das die Menschen tun. Hier geht es nicht allein um die Israeliten, nicht nur die Bewohner von Judah. Hier geht es um die Menschen allgemein. Wir lesen ja in der Bibel, dass Jesus sagt in Markus 2, Vers 27, dass der Sabbat für alle Menschen gemacht worden ist. Jesus selbst als der Menschensohn ist doch Herr des Sabbats. Der Sabbat ist der Ruhetag seit der Schöpfung, wie uns 1. Mose 2 sagt. Und die 10 Gebote machen deutlich, dass der Sabbat dort eine wichtige Rolle spielt. Im 4. Gebot wird er als das Zeichen der Schöpfung und in der Wiederholung der 10 Gebote, in 5. Mose 5, Abvers 12, als ein Zeichen der Erlösung dort aufgeführt. Und wir werden aufgefordert, diesen Sabbat zu beachten. Dieser Sabbat wird auch ein Zeichen der Heiligung genannt in Hesekiel 20 und dort Vers 12 und 20. Es heißt in Vers 3, und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschossen hat, soll nichts sagen. Der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnitte soll nichts sagen. Siehe, ich bin ein dürrer Baum. Gott macht hier sehr deutlich, dass das Evangelium auch für diejenigen gilt, die unter dem alten Bund nicht Teil des Volkes Gottes sein konnten. Denn diese Bestimmungen hier wären unter dem alten Bund unmöglich gewesen. Denn dort waren bestimmte Menschen von dem Volk Gottes ausgeschlossen. Das heißt, wir haben es hier in Jesaja 56 ganz offensichtlich nicht mit dem alten, sondern mit dem neuen Bund zu tun. Das ist deswegen interessant, weil jetzt im nächsten Vers wieder der Sabbat erwähnt wird. Vers 4. Denn so spricht der Herr den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt, und an meinem Bund festhalten. Denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Also, wir sehen hier also, dass die Heiden den Sabbat halten sollen, wenn sie das Evangelium annehmen. Das sehen wir in Vers 2. Das sehen wir hier in Vers 4. Im neuen Bund sind auch diejenigen, die im alten Bund vom Volk Gottes ausgeschlossen waren, eingeladen dabei zu sein. Sie sind eingeladen, Teil des Volkes Gottes zu werden. Und sie sollen aufgrund des Evangeliums sich von dem Bösen fernhalten. Und sie sollen den Sabbat halten. Man kann fast gar nicht deutlicher zeigen, dass der Sabbat das Erkennungszeichen der Treue im neuen Bund ist. Etwas, das immer und immer wieder falsch verstanden wird. Und hier geht es natürlich um den siebten Tag, den Sabbat, den Samstag. Denn von einem anderen Tag hätte Jesaja überhaupt gar nicht hier reden können in diesem Kontext. Und dann heißt es weiter hier. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und seine Knechte zu sein. Und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten. Hier sehen wir, dass es nicht nur um ein äußerliches Halten des Sabbats geht, sondern hier geht es eigentlich um die Erfüllung des großen Gebotes, des ersten und wichtigsten Gebotes, wie es Jesus sagt, nämlich um 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 und die folgenden, wo es heißt, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Und dann die Worte, die er, also Mose, dort in den Zehn Geboten hatte, weitergegeben. Die Worte, die Gott selbst geschrieben hat, dass wir sie auf dem Herzen tragen sollen. Und genau das wird hier auch von den Fremdlingen gesagt. Die Heiden sind dann Volk Gottes, wenn sie genau das tun, was in 5. Mose 6 steht, wenn sie den Herrn von ganzem Herzen lieben. Wenn sie ihm dienen und auch die zehn Gebote inklusive des Sabbats halten. Wir sehen also, dass nach Gottes Plan der Sabbat nicht abgeschafft werden sollte. Ganz im Gegenteil. Nach Jesaja 56 war der siebte Tag Sabbat aus dem vierten Gebot, der Samstag, das Zeichen für die Gläubigen, die auch aus anderen Nationen kommen würden, dass sie jetzt Teil des Volkes Gottes sein würden. Die will ich zu meinem heiligen Berg führen. Das ist natürlich der Berg Zion. Und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Das Heiligtum der Tempel sollte für alle Nationen sein. Und im originalen Plan Gottes hätte ja Israel tatsächlich das Zentrum der Welt gebildet und hätte das Licht des Evangeliums ausstrahlen lassen. Und die Völker wären tatsächlich zum buchstäblichen Jerusalem gekommen. Das ist alles dann nicht so eingetreten. Das liegt dann an den Ereignissen zur Zeit von Jesus, als das Volk Israel in weiten Teilen den Messias abgelehnt hat. Und diese ganzen Prophezeiungen auf eine geistliche Art und Weise ihre Erfüllung finden. Die Bibel spricht aber auch im Neuen Testament von Opfern, die wir bringen sollen. In Hebräer 13 zum Beispiel die Frucht der Lippen, der Dank, den wir Gott bringen. Auch die Nächstenliebe, die sich in Taten äußert, ist so ein geistliches Opfer. Auch der Petrus spricht den 1. Petrus von den geistlichen Opfern, die wir bringen sollen. Gott, der Herr, der die Verstoßenen Israels sammelt, spricht, ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu seinen Gesammelten. Hier sehen wir also wieder dieses Motiv der Sammlung, wie wir es schon öfter in Jesaja gesehen haben. Und wir sehen, dass Gott, wie wir auch schon in Jesaja 49 gesehen haben, wo Gott, der Vater, zu dem Sohn, also zu dem Messias spricht, dass es nicht genug ist, wenn er nur für die zwölf Stämme Israels wirkt, sondern dass er darüber hinaus für die Heiden ebenfalls das Evangelium zeigen soll und sie zu Gott führen soll. Vers 9. Und hier beginnt jetzt eigentlich ein neuer Gedankenabschnitt, der sich doch eine deutliche Zensur im Vergleich zu all den vielen Kapiteln zuvor. Kommt her, ihr Tiere auf dem Feld, um zu fressen, alle ihr Tiere im Wald. Seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen träumend da, schlafen gerne. Nach den vielen Kapiteln, die über den Auszug aus Babylon im späteren Exil, was ja noch viele Jahrzehnte aus Jesajas Zeit in der Zukunft lag, gesprochen haben und über das Evangelium und über die großen Wahrheiten des neuen Bundes sind wir hier mit Vers 9 und 10 wieder mehr in der Zeit von Jesaja selbst und damit in der Zeit, die wir schon aus den Kapiteln vor Kapitel 36 kennengelernt haben, in den 20ern und 30ern insbesondere und mit den zum Teil sehr schlimmen Verhältnissen im Volk Gottes und mit den Leitern. Aber natürlich lassen sich diese Verse dann auch zum Beispiel auf die Zeit von Jesus übertragen und auch wir können aus diesen Versen einiges für unsere Zeit übernehmen. Hier waren geistliche Leiter, die apathisch die Zeichen der Zeit nicht wahrnehmen wollten. Doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Jeder sieht auf seinen Gewinn ohne Ausnahme. Also während sie nicht auf die Gefahr achten, die für das Volk besteht, sind sie egoistisch und wollen nur ihren eigenen Vorteil haben, nutzen das Amt für ihren eigenen Gewinn. Kommt her, sagen sie, ich will Wein holen. Lasst uns Rauschtrank saufen und morgen soll es gehen, wie heute ja noch viel großartiger. Wir sind ja also ganz offensichtlich wieder bei dem desolaten Zustand des Volkes Gottes. Wir haben ähnliche Verse auch schon vorher in Jesaja gesehen, zum Beispiel auch in Jesaja 22, Vers 13 und 14 oder Jesaja 28, wo auch diese Betrunkenheit in Vers 17 und 19 zum Beispiel thematisiert worden ist. Eigentlich, so sagt er in der Bibel, sollen die Führer des Volkes kein Alkohol trinken. Sprüche 31, Vers 4 und 5. Lesen wir weiter ab Kapitel 57, Vers 1. Der Gerechte kommt um und kein Mensch nimmt es zu Herzen und treue Männer werden hinweggerafft, ohne dass jemand bemerkt, dass der Gerechte vor dem Unglück hinweggenommen wird. Möglicherweise, aber das lässt sich nicht beweisen, ist diese Botschaft im Kontext des Todes von Hiskia gegeben worden. Wir haben ja gesehen in den Wochen, die wir dieses Buch jetzt studieren, dass generell gesprochen die Visionen von Jesaja durchaus in einer chronologischen Reihenfolge aufgeschrieben worden sind. Und das könnte also durchaus auch dafür sprechen, dass hier nach der Zeit des Hiskia noch die ersten Jahre von Manasse beschrieben werden. Uns ist bekannt, dass Jesaja durch Manasse umgekommen ist, dass er einen grausamen Tod dann auch gestorben ist. Vers 2 Er geht zum Frieden ein, zu ruhen auf ihren Lagern, ein jeder, der gerade Wege ging. Die Gerechten sterben also, damit sie vor dem Unglück bewahrt werden. Aber jetzt geht es um die Ungläubigen. Ab Vers 3 Ihr aber kommt hierher, ihr Kinder der Zauberin, Same des Ehebrechers und der Hure. Das erinnert uns an Formulierungen, wie wir sie schon aus Jesaja 1 kennen. Und Ehebrecherisches Verhalten ist ein Motiv, das immer wieder auch in den Prophetenbüchern auf das Volk Gottes angewendet wird. Zum Beispiel im Buch Hosea auch. Über wen wollt ihr euch lustig machen? Gegen wen wollt ihr das Maul aufsperren und die Zunge herausstrecken? Seid ihr nicht Kinder des Abfalls ein falscher Same? Wir erinnern uns daran, dass als Jesus am Kreuz von Golgotha starb, sich viele Menschen über ihn lustig gemacht haben, das Maul aufgesperrt haben sozusagen. Und hier wird also gesagt, dass die, die so handeln, eigentlich gar nicht wirklich der echte Same sind. Gar nicht der, das zum eigentlichen Volk Israel im geistlichen Sinne gehören. Sie sind ein falscher Same. Sie sind Kinder des Abfalls, Kinder des Ungehorsams, wie Epheser 5, Vers 6 sagt, die den Zorn Gottes erleben werden. Vers 5 und 6 Ihr erglüht für die Götzen unter jedem grünen Baum. Ihr opfert die Kinder in den Bachtälern und der Felsenklüft. Eine sehr dramatische Beschreibung des Götzendienstes. Bei den glatten Steinen des Bachtals ist dein Teil. Sie sind dein Los. Ihnen hast du auch Trankopfer ausgegossen und Speisopfer dargebracht. Sollte ich mich darüber beruhigen. Über die grünen Bäume haben wir schon in Jesaja 1, Vers 29 erfahren. Gott ist sehr, sehr erbost über diese schlimmen Praktiken des Götzendienstes. Vers 7 Du hast dein Lager auf einem hohen und erhabenen Berg bereitet. Das sind diese Kulthöhen, die Gott ja eigentlich verboten hatte. Auch dort bist du hinaufgestiegen und hast Schlachtopfer dargebracht. Und hinter Tür und Pfosten hast du dein Andenken gesetzt. Denn du hast dich von mir abgewandt, hast dein Bett aufgedeckt, hast es bestiegen und breit gemacht. Und mit ihnen den Hurenlohn ausgehandelt. Du liebtest es, bei ihnen zu liegen, bist ihrem Wind Wink gefolgt. Und diese Idee von der geistlichen Hurerei finden wir, wie gesagt, zum Beispiel auch in Jeremia 2 oder in Hesekiel 16 und Hesekiel 20 und 23. Die Verse, wie immer hier im Sendemanuskript verzeichnet. Vers 9 Hier wird darauf Bezug genommen, dass die Israeliten immer wieder sich bei heidnischen Großmächten angedient und angebiedert haben. Bei den Assyrern oder dann bei den Ägyptern. Wir haben zum Teil deutliche Parallelen zu diesem Vers, zum Beispiel in Hosea 12, Vers 2, wo auch dieses Öl noch eine Rolle spielt, werden auch in Jesaja 30 und 31 ja gesehen, wie Gott durch Jesaja getadelt hat, dass man bei den Ägyptern Schutz suchen wollte und sich dabei erniedrigt hat. Du bist müde geworden von der Menge deiner Wege, hast aber nicht gesagt, es ist vergeblich. Du hast noch Lebensunterhalt gefunden, darum wurdest du nicht matt. Was Gott hier beschreibt, ist ein interessantes Phänomen. Die Israeliten haben gemerkt, dass eigentlich ihr Weg falsch ist, aber es war noch nicht so dramatisch schlimm für sie, dass sie ernsthaft in Erwägung gezogen hätten, umzukehren. Es war ihnen zwar eine Last, aber sie haben trotzdem weitergemacht. Die Frage ist, wie viele Menschen gibt es heute, die erkennen, dass sie eigentlich auf dem Holzweg sind, dass so wie sie leben, das was sie tun und denken und sagen, eigentlich so nicht wirklich glücklich machen kann, aber die dann trotzdem keine Entscheidung fällen, umzukehren. Manchmal kehren Menschen erst um, wenn sie so richtig aufgeschlagen sind auf dem Boden. Aber muss es immer so weit kommen, können wir nicht vielleicht früher schon erkennen, dass wir umkehren sollen, dass die Wege, die wir bisher eingeschlagen haben, so nicht zum echten Frieden führen? Diese Idee von der Menschenfurcht kommt in der Bibel auch immer wieder vor. Wir erinnern uns vielleicht an Petrus, der aus Angst vor Menschen sich von Jesus abgewandt hat. Und das passiert ganz oft, dass wir vielleicht durch, weil wir eben so menschlich denken und Schutz bei Menschen suchen, dann auch vor Menschen solche Angst bekommen und uns von Gott seinem Wort und seinem Charakter abwenden und ihn letztendlich durch unser Leben verleugnen. Vers 12. Ich selbst will jetzt deine Gerechtigkeit bekannt machen und deine Machwerke werden dir nichts nützen. Gott sagt, ich habe eine lange Zeit geschwiegen, aber du hast dich ja trotzdem nicht bekehrt. Und jetzt will er deutlich machen, dass Selbstgerechtigkeit nicht funktioniert. Gott möchte die Nutzlose, die falsche Selbstgerechtigkeit bloßstellen. Und interessanterweise geschieht das jetzt dann auch in den nächsten Kapiteln. Vor allem Jesaja 58 und Jesaja 59 sind sehr deutliche Kapitel, die Selbstgerechtigkeit und menschliche Gerechtigkeit als nutzlos und falsch bloßstellen. Jesus hat auch dieses Thema immer wieder aufgegriffen. Zum Beispiel ganz berühmterweise in Matthäus 23 in seiner großen Rede gegen die Pharisäer. Und wir wissen aus Römer 10, Vers 23, dass gerade zur Zeit von Jesus die Menschen, viele Menschen, viele Juden versuchten, durch eigene Gerechtigkeit das ewige Leben zu erreichen. Und das war völlig fehlgeleitet. Lesen wir Vers 13. Wenn du dann schreist, so mögen dich alle deine gesammelten Götzen erretten, aber ein einziger Windstoß wird sie alle davontragen, ein Hauch wird sie wegnehmen. Wer aber bei mir Zuflucht sucht, der wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Hier wird ein sehr deutlicher Kontrast aufgemacht. Die Götzen helfen nichts. Sie haben keinerlei Kraft. Gott wird sie mit einem Windstoß weg, sie werden durch einen einzigen Windstoß davongetragen werden. Aber wer bei Gott Zuflucht sucht, der wird das Land erben. Das ist ja das, was Jesus in der Bergpredigt, in der dritten Seligpreisung sagt. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Vers 14. Und er wird sagen, macht Bahn, macht Bahn, ebnet den Weg, räumt jeden Anstoß aus dem Weg meines Volkes. Auch diese Idee kennen wir schon, diese Idee, den Weg zu ebnen. Aus Jesaja 40 zum Beispiel oder auch aus Jesaja 35, Vers 8. Denn so spricht der Hohe und Erhabene. Jetzt kommt ein ganz schöner und wichtiger Vers. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe. Und das Herz der zerschlagenen, erquäke Gott sagt, ich habe zwei Wohnorte. Er ist der Hohe und der Erhabene. Jesaja hat ihn ja gesehen. In Jesaja 6 als den Erhabenen, den Erhöhten im Heiligtum. Und insofern ist dieser Vers tatsächlich auch eine Parallele dazu. Gott wohnt ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier haben wir einige Parallelfers. Er ist der Heilige. Er wohnt im Himmel. Schon Salomo, als er diesen prächtigen Tempel gebaut hatte, wusste, dass Gott nicht in einem Tempel lebt, der von Menschenhand gemacht ist, sondern Gott wohnt im Himmel. Die Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen. Aber dann wohnt Gott auch nicht nur im Himmel, nicht nur in diesem gigantischen Universum, nicht nur im himmlischen Heiligtum. Nein, er wohnt auch gleichzeitig bei dir und bei mir, wenn wir unser Herz vor ihm demütigen. Wenn wir ein zerbrochenes Herz haben. Denn ein zerbrochenes Herz, ein geschlagenes Herz, das ist das Opfer, das Gott eigentlich wirklich gefällt. Deswegen sagt die Bibel, glückselig sind die geistlich Armen. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden. Denn sie sollen getröstet werden. Gott heilt die zerbrochenen Wunden. Wir dürfen wissen, dass der große Gott, der heilige Gott, der die Ewigkeit bewohnt, dass dieser Gott mir und dir nahe ist, wenn wir zerbrochenen Herzens über unsere Sünden traurig sind. Wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wenn wir uns vor ihm demütigen und eingestehen, dass wir falsch gewesen sind. Dann ist uns Gott sehr, sehr nahe. Vers 16. Denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein. Denn ihr Geist würde von mir verschmachten und die Seelen, die ich gemacht habe, rechten. Kennen wir schon zum Beispiel auch aus Kapitel 1 als eine Gerichtssprache. Aber Gott sagt, ich möchte ja nicht, dass die Menschen verloren gehen. Ich möchte ja nicht, dass sie verschmachten. Ich möchte sie eigentlich retten. Vers 17. Über Israels sündhafte Habgier wurde ich zornig und ich schlug es, verbarg mich und zürnte. Da wandte es sich noch weiter ab auf seinen selbst erwählten Weg. Diese Habgier kennen wir auch schon aus Jesaja Kapitel 5, Vers 8 und 9. Auch in Jesaja 56, in Vers 11 haben wir es ja vorhin thematisiert. Und Gott zeigt jetzt, warum Gnade ist, warum Gnade notwendig ist, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Wenn es keine Gnade gäbe, würden Menschen nie umkehren. Wenn Gott nur strafen würde, würde kein Mensch jemals zu ihm umkehren. Es ist die Gnade Gottes, die unverdient uns berührt, die uns dazu bewegt, zu ihm zurückzukehren. In dem ich Frucht der Lippen schaffe, Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ja, ich will es, ah, Vers 18 hat vergessen, Verzeihung. Seine Wege habe ich gesehen. Dennoch will ich es heilen und es leiten und ihm und seinen Trauernden mit Tröstungen vergelten. Denn, indem ich Frucht der Lippen schaffe, Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ja, ich will es heilen. Gott will uns erlösen, nicht weil wir uns gut benommen haben, sondern gerade weil wir sündig sind und weil wir so schlechte Charakterzüge haben. Lieber Freund, liebe Freundin, Gott will dich nicht erlösen, weil du gut bist, sondern er will dich erlösen, weil du es nötig hast. Er will dich erlösen, weil wir, er will uns erlösen, weil wir es dringend brauchen. Er sieht unsere Wege und trotzdem will er uns heilen. Er sieht, was wir denken, was wir tun und will uns trotzdem trösten. Er will uns Frieden schenken. Er sagt, tröstet mein Volk. Die Frucht der Lippen, das ist dieses Lob Gottes, wie wir es schon aus Hebräer 13, Vers 15 gesehen haben. Auch in Hosea 14, Vers 3 wird gesagt, dass wir die Opfer der Lippen zu ihm bringen sollen. Das heißt, mit unseren Worten sollen wir ausdrücken, dass wir ihn brauchen und dann auch dankbar sind, dass er uns heilt. Vers 20. Gott sagt nur, dass er auch dem Sünder die Erlösung anbietet. Dass er sie heilen will, dass er sie leiten will. Aber wer gottlos bleiben möchte, der wird keinen Frieden finden. Gott übertüncht nicht die Gottlosigkeit. Er zwingt niemanden zum Heil. Wir haben die Wahl zwischen Errettung oder einem Verharren im verlorenen Zustand. Und dieser letzte Vers hier, Vers 21, ist ein direktes Zitat aus Jesaja 48, Vers 22, wo wir das schon mal gelesen haben. Kapitel 58 und das ist jetzt ein ganz berühmtes und wichtiges Kapitel, das insbesondere für diese Zeit, in der wir leben, gegenwärtige Wahrheit ist. Wir sollten es gut kennen und vor allem noch viel wichtiger, wirklich von Herzen danach trachten, nach diesen Versen zu leben. Jesaja 58, Vers 1. Rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie ein Schofahorn und verkündige meinem Volk seine Übertretung und dem Haus Jakob seine Sünde. Gott möchte nicht, dass Sünde klein geredet wird. Er möchte, dass eine klare und deutliche Botschaft gegeben wird, im Gegensatz zu den stummen Hunden, die wir in Jesaja 56, Vers 10 gesehen haben. Gott möchte, dass Sünde beim Namen genannt wird, klar und deutlich. Das Schofahorn ist ein Bild, das wir in der Bibel immer wieder sehen, für einen lauten Ruf und der in Jesaja 27, Vers 13 auch mit der Sammlung der Übrigen verbunden war. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Hier wird also das Volk Gottes beschrieben, das den Eindruck erweckt, als ob es Gottes Willen tun möchte. Das so tut, als sei es gerecht. Und wir denken fast automatisch, zum einen zurück an Jesaja 1, wo die Menschen die richtigen Opfer bringen und die richtigen Zeremonien vollführen und an den richtigen Tagen Gottesdienst feiern. Aber Gott sagt, ich hasse es, es ist mir zuwider, weil er durch euer sündiges Leben das alles konterkariert. Wir denken auf der anderen Seite auch unwillkürlich an die Botschaft an Laodicea, wo die Armut und die Blindheit und die geistliche Nacktheit nicht gesehen wird, sondern man glaubt, dass man geistlich reich sei. Vers 3. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteilen wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht an eurem Fastentag, geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeit an. Hier sind Menschen, die fasten, weil sie glauben, es ist eine religiöse Pflicht, eine religiöse Übung, die vielleicht irgendwie Eindruck macht bei Gott, aber sie merken, dass es nicht funktioniert. Geht es vielleicht dir auch so in deinem Leben, dass du religiöse Dinge tust, die vielleicht sogar richtig sind, die dem biblischen Wort entsprechen, aber du merkst in deinem Leben, du bist nicht gesegnet, es gibt keinen inneren Frieden, es scheint sich nicht zu bewegen, die Gebetserhöhungen bleiben aus, dann ist dieses Kapitel für dich, könnte es sein, dass auch in deinem Leben neben der religiösen äußeren Form in Wirklichkeit Bosheit und Sünde den Alltag regieren. Gott möchte den Israeliten deutlich machen, dass ihn religiöse Übungen nicht schwer beeindrucken, sondern die Charakterfehler sind das, was das eigentliche Problem sind. Sie machen das, was die Ägypter damals mit ihnen gemacht haben, sie schreiben die Arbeit da an. Vers 4 Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht, sodass euer Schrein in der Erhörung finden konnte. Liebe Freunde, Gott ist nicht beeindruckt, wenn wir davon reden, dass wir in der Endzeit leben und dass wir die Welt missionieren sollen und dass wir fasten sollen, vielleicht für Regierungen und gleichzeitig in sozialen Medien mit gottloser Faust reinschlagen und mit Worten um uns schlagen und böser reden und sprechen, Gott ist nicht beeindruckt dann von unseren religiösen Übungen. Diese Botschaft ist absolut top aktuell. Ein besonders krasses Beispiel ist die Geschichte in 1. Könige 21, wo ein Fasten sogar ausgerufen wird, um einen Menschen umzubringen. Ein anderes ganz unfassbares Beispiel ist in Johannes 18, wo die Pharisäer und Sadduzeer, die Obersten des Volkes, peinlichst genau die zeremoniellen Reinheitsgebote des Passer beachten, während sie die Ermordung von Jesus vorantreiben. Gott sagt in Jul 2, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Vers 5 Nun, nichts gegen Sacktuch und Asche. Wir sehen in der Bibel, dass oft auch gläubige, treue Männer Gottes in Sack und Asche Trauer ausgedrückt haben. Das ist nicht verboten. Es ist ja von vielen so praktiziert worden. Aber Gott möchte deutlich machen, nicht in Sack und Asche besteht die eigentliche Trauer. Wenn das jemand zusätzlich macht, dann ist es ja gut. Aber das ist nicht das eigentliche Wesen des Fastens. Gott ist nicht bewegt, wenn er sieht, dass wir uns kasteien. Er sagt nicht, ah okay, ich helfe dir, weil du dich gequält hast. Nein, 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 nein. Vers 6 Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst? Dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Der Sinn des Fastens ist nicht Selbstqual, sondern Dienst an anderen. Und das ist ein tatsächliches Fasten. Denn wenn ich anderen wirklich helfen will, nicht einfach nur, damit ich gesehen werde, sondern wenn ich wirklich helfen will, dann muss ich etwas investieren. Dann muss ich Zeit opfern, dann muss ich Ressourcen opfern. Dann ist es ein echtes Opfer. Ich faste dann Zeit. Ich faste Dinge, die ich sonst gerne tun würde, damit ich für andere da bin. Vers 7 Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Das ist wahre Religion. Sie zeigt sich nicht in einer theologischen Erkenntnis, die man genau begründen kann, sondern im Dienst an anderen. Und auch hier gibt es sowohl im Alten als auch im Neuen Testament eine Fülle an Texten, die deutlich machen, dass Gott nie etwas anderes gewünscht und gesehen hat. Wir haben übrigens auch viele wertvolle Zitate aus dem Geist der Weisagung hier noch mit dabei. Vers 8 Gebetserfahrung. Die sind dann zu erwarten, wenn wir von ganzem Herzen uns einsetzen für andere Menschen. In Vers 8, den haben wir übersprungen, heißt es, dann wird dein Heil hervorbrechen wie die Morgengröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Jesus hat gesagt, wir sollen das Licht der Welt sein und unsere Heilung wird dann rasch vorangehen. Vielleicht wundern wir uns manchmal, warum unser Charakter so langsam geistlich wächst, warum wir vielleicht keine Fortschritte in geistlichen Dingen machen. Hier wird uns gesagt, wie wir rasch Fortschritte machen können, wenn wir das tun, was in Vers 6 und 7 beschrieben wird. Diese Gerechtigkeit, und das heißt deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, ist nicht misszuverstehen als unsere eigene Gerechtigkeit. Denn wir wissen aus anderen Stellen, dass der Herr uns vorangeht und unsere Nachhut ist. Da gibt es eine Stelle, die wir in Jesaja 52 haben, wo es heißt, dass Gott den ausziehenden Israeliten vorausgeht und ihnen nachfolgt. Und daran sehen wir, dass es hier die Gerechtigkeit Gottes ist, die sich in einem solchen Leben, wie es Vers 6 und 7 beschreibt, offenbart. Wenn wir also das tun, werden wir Gebetserhöhungen erleben, wie wir sie sonst nicht erfahren werden. Und wie wir gesagt haben, es soll von Herzen geschehen und dann wird Gott große Dinge für uns tun. Vers 11 Man erinnert sich vielleicht ein bisschen an die Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus gesagt hat, das wird in dir zu einer Quelle werden, die bis ins ewige Leben quillt. Das ewige Leben, die Erlösung, die Gott uns anbietet. Vers 12 Hier geht es also offensichtlich auch um den Wiederaufbau Jerusalems, der antitypisch ein Symbol ist, eine Metapher ist für die Wiederherstellung des wahren Glaubens am Ende der Zeit. Ganz ähnlich finden wir das auch in Amos 9 und dort Vers 11 und 14. Übrigens das ganze Kapitel 58 findet eine sehr bemerkenswerte Erfüllung in dem Buch Nehemiah. Wir haben ja vor einiger Zeit mal hier Ende 2019 die Bücher Esra und Nehemiah in einer besonderen Spezialserie auch Vers zu Vers analysiert und studiert. Da haben wir öfter mal auch im Buch Nehemiah hier auf Jesaja 58 verwiesen. Wer das nochmal studieren möchte, der kann das auf unserer Internetseite entsprechend tun. Vers 13 Zuerst aber ist interessant, dass auch zur Zeit von Nehemiah, als die Mauern wieder aufgebaut worden sind, auch der Sabbat zu einer Testfrage erneut wurde in Nehemiah 13. Aber diese Verse haben eine tiefere Bedeutung als nur, dass sie sich im Leben von Nehemiah erfüllt haben. Sondern hier wird auch die Wiederaufbaubemühung des Volkes Gottes am Ende beschrieben. Dort werden nämlich Breschen vermauert. Es ist eine Bresche geschlagen worden in das Gesetz Gottes. Das vierte Gebot ist verändert worden und Gott möchte, dass diese Bresche vermauert wird. Er sucht nach Menschen, die die biblische Wahrheit wieder vollständig herstellen und in ihrem Leben auch demonstrieren. Denn die Sabbatreform geht einher mit der medizinischen Missionsarbeit, wie sie vorher in diesem Kapitel beschrieben worden ist. Und damit ist Jesaja 58 ein ganz wunderbares Kapitel. Das zeigt, wie sehr der praktische Dienst am Nächsten, als praktische christliche Nächstenliebe, zusammen mit einer Reform der christlichen Lehre, der Theologie, wie die Endzeitbotschaft und auch das praktische Christsein zusammengehen, wie das alles zusammengehört. Man kann nicht das eine oder das andere haben. Wer nur anderen hilft, aber sich für den Sabbat und die biblische Botschaft der Endzeit nicht interessiert, dem fehlt die eine Hälfte. Wer sich nur für die Endzeitbotschaft interessiert, aber niemals christlich lebt, seinem Nachbar gegenüber, dem fehlt die andere Hälfte. Wir brauchen beides. Dann ist das Licht deutlich sehen. Und dann erfüllt sich Offenbarung 18, Vers 1, dass die Erde erleuchtet wird mit der Herrlichkeit des Herrn. So wie an vielen Stellen es auch vorhergesagt ist. Die Bibel sagt uns auch, wie wir den Sabbat halten sollen. Er soll ja eine Lust sein, eine Freude sein. Der Sabbat sollte keine Last sein. Weder für die Kinder, noch für die Jugendlichen, noch für irgendjemanden. Es sollte ein Tag sein, auf dem man sich freut und an dem man in besonderer Weise Gott begegnet. Und die Idee dahinter ist, dass mit der Idee Gott begegnet etwas Schönes verbunden ist. Denn Gott möchte ja eigentlich, dass wir jeden Tag mit ihm gemeinsam leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns am Sabbat Qualitätszeit nehmen. So wie jede Ehe und wie jede Freundschaft solche Qualitätszeit braucht, so auch unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen sagt Gott, dass wir uns tatsächlich Zeit nehmen und eben nicht unserer Arbeit nachgehen. und deswegen keine Erwerbstätigkeit ausführen. Und ich denke, viele von uns haben gute und wirklich tolle Erfahrungen mit Gott gemacht, wenn es darum geht, den Sabbat auch wirklich zu halten. Keine Prüfung zu schreiben, nicht einkaufen zu gehen und auch nicht die Arbeit auszuüben, die man für die Erwerbstätigkeit normalerweise ausübt. Und interessanterweise sagt die Bibel aber hier, dass wir nicht nur unsere Gänge nicht tun sollen, sondern auch keine nichtigen Worte reden. Die Sabbat halten hat etwas mit unserem Reden zu tun, mit dem, was wir sagen. Denn was nützt es, wenn wir am Sabbat zwar zu Hause sitzen, nach dem Gottesdienst uns gemütlich zu Hause einrichten, aber dann den ganzen Nachmittag über unsere Arbeit reden und über das, was wir vielleicht dann nach Sabbatschluss vorhaben. Gott möchte auch, dass wir am Sabbat keine nichtigen Worte reden, kein loses, dummes Geschwätz. Und wenn wir darüber so nachdenken, dann glaube ich, müssen wir alle feststellen, ich und wir, die jetzt zuschaut, dass wir oft genug den Sabbat vielleicht zwar äußerlich korrekt gehalten haben, aber nach diesem Maßstab weit zu kurz gekommen sind. Wenn wir uns wirklich mal Gedanken machen, wie wir den Sabbat auch verbringen, welche Gedanken wir uns machen, worüber wir reden, was uns da so wichtig ist, in unseren Gesprächen, dann glaube ich, können wir feststellen, dass wir auch wir persönlich eine Sabbatreform brauchen. Dass es ein Tag ist, an dem wir nicht einfach nur die Beine hochlegen und relaxen, sondern ein Tag ist, an dem wir uns die Frage stellen, wie können wir Gott besser kennenlernen. Und zwar den ganzen Tag, nicht nur zwei Stunden im Gottesdienst. Und auf eine solche Art und Weise, dass es so froh machend ist und so schön ist, dass man sich schon am Freitagabend auf diesen Sabbat freut. Wenn der Sabbat beginnt, dass man schon am Freitagabend diese besondere Atmosphäre der Gegenwart Gottes erlebt. Und dann sagt die Bibel, dann werden wir auch reich gesegnet werden, weil der Mund des Herrn es versprochen hat. Es ist Gottes Verheißung. Er wird uns segnen. Vielleicht gibt es wirklich in unserem Sabbat halten Dinge, die wir hier an Jesaja 58 anlegen können und dem Maßstab entsprechend anpassen können. Und wir werden sehen, dass Gott uns noch viel mehr segnen kann, als er es bisher vielleicht getan hat. Jesaja 59 bringt jetzt einen neuen Gedankengang. In Vers 1 lesen wir siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören. Damit wird ein Gedankengang aufgegriffen, den wir schon in Jesaja 50 Vers 1 und 2 gesehen haben. Nämlich die Frage, warum kam es zur Trennung zwischen Gott und seinem Volk? Und die Antwort wird unmissverständlich hier in Vers 2 gegeben. Gott ist nicht der Schuldige, sondern in Vers 2 heißt es, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Sünde, an der man festhält, trennt die Beziehung zu Gott. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Unrecht. Eure Lippen reden Lügen und eure Zunge dichtet Verdrehung. Das erinnert uns an Jesaja 1 und dort Vers 15, wo Gott beschreibt, dass die Menschen zwar am richtigen Tag mit den richtigen Opfern zu ihm kommen und Gottesdienst feiern, aber weil ihre Hände voll Blut sind, ist ihm all das eine Qual. Äußerlicher Gottesdienst, der begleitet wird von sündigem Leben im Alltag, ist für Gott nicht zu ertragen. Keiner erhebt Klage mit Recht und keiner führt eine Rechtssache gemäß der Wahrheit. Man vertraut auf Nichtiges und redet Unwahres. Man geht mit Unheilschwange und gebiert Frevel. Die Bosheit hat sogar das Justizsystem zur Zeit von Jesaja so korrumpiert, dass man auch nicht von menschlichen Gerichten irgendeine Gerechtigkeit hätte erwarten können. Sie brüten Schlangeneier aus, ein Bild für die schlechten Gedanken, die Pläne, die gemacht werden, um sie dann umzusetzen und weben Spinnengewebe, so wie eine Spinne ganz mit Intention ihr Spinnennetz baut, um dann ein Tier zu fangen. So sind diese Pläne nicht einfach zufällig, sondern sie sind ganz intentional, um anderen zu schaden. Wer von ihren Eiern isst, muss sterben, zertritt sie aber jemand, so fährt eine Otter heraus. Die Idee hier ist, dass wenn manchmal Menschen böse Pläne aushecken, es vielleicht doch passieren kann, dass diese Pläne durchkreuzt werden, weil jemand sie unterbindet durch eine andere Aktion. Aber das heißt nicht, dass die bösen Gedanken deswegen aufhören. Sie treten trotzdem hervor und finden dann einen anderen Weg, um sich auszudrücken. Ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung und mit dem, was sie erzeugen, kann man sich nicht bedecken. Denn ihre Werke sind Unheilswerke und Gewalttat ist in ihren Händen. Das, was sie tun, ist nicht zum Nutzen anderer Menschen und zum Segen, sondern zum Schaden. Interessant ist, dass diese Verse hier, wie auch Vers 5, den wir gerade gelesen haben, Ideen präsentieren, die auch von Johannes dem Täufer und vor allem auch von Jesus in ihrer Zeit angewendet worden sind, auf gerade auf die Leiter des Volkes, auf die Schriftgelehrten, die Pharisäer und auch die Sadduzeer. Vers 7. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um unschuldiges Blut zu vergießen. Sie hegen schlimme Absichten. Verwüstung und Zerstörung bezeichnen ihre Bahn. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist kein Recht in ihren Spuren. Sie machen sich krumme Pfade. Keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. Interessanterweise, wenn man das liest, könnte man ja vielleicht denken, naja, das klingt nach den Pharisäern, das klingt nach den Sadduzeern, das klingt nach dem bösen Israeliten zur Zeit von Jesaja. Aber Paulus nimmt diese Verse hier in Römer 3, unter anderem diese Verse, um deutlich zu machen, dass jeder Mensch ein Sünder ist, egal wer er sei. Mit anderen Worten, lieber Freund, liebe Freundin, diese Verse gelten auch uns. uns, wenn wir nicht unser Leben in Christus verborgen haben. Darum bleibt das Recht fern von uns und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir warten auf das Licht und siehe da, finstern es auf den hellen Tag, aber wir wandeln in der Dunkelheit. Wenn wir an Sünde festhalten, kann Gott uns nicht segnen. Wir tappen an der Wand, wie die Blinden. Wir tappen, wie wenn wir keine Augen hätten. Wir straucheln am hellen Tag, wie in der Dämmerung und der Gesunden sind wir, wie die Toten. Das war eine direkte Erfüllung hier von 5. Mose 28, Vers 29, wo genau das als Folge des Ungehorsams vorhergesagt worden ist. Auch Jesus spricht davon, dass Menschen, die in Sünde leben, blind sind und in der Finsternis leben. Wir brummen alle wie die Bären und Gurren wie die Tauben. Dieses Taubengurren ist ein Bild, das auch Hiskia in seinem Gebet in Jesaja 38 verwendet hat. Wir warten auf das Recht, aber es ist nirgends und auf Rettung, aber sie bleibt fern von uns. Psalm 119, Vers 155 sagt, dass die Erlösung fern ist von den Gottlosen. Denn unsere Übertretungen sind zahlreiche. Denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unsere Übertretungen sind vor uns und unsere Verschuldungen kennen wir. Daniel hat später in seinem berühmten Gebet in Daniel 9, Vers 5 bis 80 sehr deutlich darüber ausgesprochen, ist sich sehr deutlich dessen bewusst gewesen, dass diese ganzen Sünden das Volk tatsächlich in den Ruin getrieben haben. Das heißt dann auch bis in das babylonische Exil. Interessanterweise wird in Hosea 5 und auch 7 immer wieder auch von dem Stolz Israels gesprochen, der gegen sie zeugt. So wie hier die Sünden gegen uns zeugen. In Vers 12, Vers 13. Nämlich, dass wir treulos waren gegen den Herrn und ihn verleugnet haben und von unserem Gott abgewichen sind, dass wir gewalttätig und widerspenstig geredet haben, Lügenworte ersonnen und aus unseren Herzen hervorgebracht haben. An anderer Stelle hatte Jesaja schon gesagt, dass sie so weit abgewichen sind von ihrem Herrn. Das war in Jesaja 31. Und dort Vers 6, Hebräer 13 sagt, und dort Vers 2, dass auch wir uns hüten müssen, dass wir nicht von Gott abweichen. Vers 14, so wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück. Denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang und die Treue wurde vermisst. Und wer vom bösen Weg musste sich ausplündern lassen, so weit verbreitet war das Problem, dass ein rechtschaffender Mensch ohne Schutz in der Gesellschaft gewesen ist. Und Gott konnte an dieser Situation keinen Gefallen haben. Wir lesen weiter, als der Herr dies sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war. Sünde ist Ungerechtigkeit, ist Gesetzlosigkeit. Wenn also Gott ein Missfallen an der Sünde hat und das Problem der Sünde lösen möchte, dann tut er das, indem er Gerechtigkeit und damit auch sein Gesetz hochhält. Gottes Erlösung ist niemals im Widerspruch zur Gerechtigkeit und zum Gesetz, sondern ganz im Gegenteil. Es missfällt ihm, wenn kein Recht da ist. Vers 16, er sah auch, dass kein Mann vorhanden war und war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Da half ihm sein eigener Arm und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Es gab ja Geschichten im Alten Testament, wo Gott angedroht hat, eine bestimmte Menschengruppe als Gericht auszurotten. Denke an Sodom und Gomorra, als ein menschlicher Vermittler, nämlich Abraham, sich einschaltete und mit Gott, ja, man könnte fast sagen, diskutierte, um die Stadt noch irgendwie zu retten. Als Gott sagte, er wolle Israel ausrotten, hat Mose als Vermittler, als Fürsprecher für die sündigen Israeliten fungiert. Aber jetzt gibt es keinen menschlichen Fürsprecher mehr. In der Zeit von Jeremia wird gesagt, dass kein gerechter Mann in Jerusalem mehr gefunden worden ist. Aber Gott ist nicht abhängig von menschlichen Vermittlern. Er ist nicht abhängig von irgendeinem gerechten Mann, der vielleicht noch einspringen kann. Er hat seine eigene Gerechtigkeit und mit der kann er und wird er das Problem lösen. Das ist diese Aussage. Da heilte ihm sein eigener Arm. Diesen Arm kennen wir schon aus Jesaja, Kapitel 51 und 52. Ein Bild für die Kraft Gottes, die sich im Lösungsgeschehen zeigt, wie Römer 1, Vers 16 sagt, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Vers 17. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er legte als Kleidung Rachegewände an und hüllte sich in Eifer wie einen Mantel. Erlösung ist auch ein Gericht. Hier führt Gott Krieg. Er führt Krieg gegen die Sünde. So wie immer schon in Offenbarung 12, Vers 7 sehen wir das. Wir sehen, dass in 1. Mose 3, Vers 15 Gott sendet Feindschaft zwischen dem Satan und der Frau. Und dieses Bild von der Bekleidung mit Gerechtigkeit kennen wir von dem Messias. Er war es in Jesaja 11, der mit Gerechtigkeit bekleidet war. Wir sehen also, dass Gott hier wieder deutlich macht, dass er selbst es ist, der dieser Messias ist, der Mensch werden wird. Auch wir sollen als Kinder Gottes die geistliche Waffenrüstung tragen, wie sie in Epheser 6 beschrieben wird. Und in 1. Thessalonicher 5, die ja letztendlich darin besteht, dass wir Jesus Christus selbst anziehen. Wie Römer 13, Vers 12 bis 14 sagt, Gott sagt, mein ist die Rache. Er ist der Einzige, der Rache üben kann, ohne die Prinzipien der Liebe und der Gnade und Barmherzigkeit außer Kraft zu setzen. Und Gottes Eifer bewirkt Erlösung. Das haben wir gesehen in Jesaja 9, Vers 5 und 6 und in Jesaja 37 in der berühmten Geschichte mit Sanheribs Armee und Hiskir. Vers 18, den Taten entsprechend, so wird er vergelten, Zorn seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden, ja selbst den entfernten Inseln, wird er den verdienten Lohn bezahlen. Wir denken automatisch an die Wiederkunft Jesus, denn wenn Jesus wiederkommt, wird er seinen Lohn mit sich bringen und allen Menschen vergelten. Wie ihr Werk gewesen ist, wie Matthäus 16 deutlich macht, wie Römer 2, Vers 6, Offenbarung, 22, Vers 12 sagt, aber schon beim ersten Kommen Jesu hat er gegen seine Feinde gekämpft, nämlich gegen den Satan, die Sünde und den Tod. Die Idee ist also die, denn für Jesaja sind das erste und zweite Kommen, zwei Aspekte eines großen Paketes. Deswegen haben wir schon in anderen Folgen gesehen, sind diese Phasen nicht immer deutlich geschieden, weil sie letztendlich eine große Gesamtsache sind. So wie es für uns aus unserer Perspektive die Wiederkunft und das Ende der tausend Jahre im Wesentlichen eine Sache sind, die wir oft gar nicht so genau gefühlsmächtig unterscheiden. So für Jesaja das erste und das zweite Kommen, denn sie bilden eine Gesamtstrategie. Gott kämpft als Messias gegen Satan, Sünde und Tod für die Menschen beim ersten Kommen, um ihnen ein Erlösungsangebot zu machen und dann beim zweiten Kommen holt er all diejenigen, die es auch angenommen haben, während er diejenigen dann auch vernichtet und gegen sie kämpft, wie die Offenbarung deutlich sagt, die sich trotz des Erlösungsangebotes mit dem Satan und der Sünde verbündet haben. Vers 19, Dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Das große Eingreifen Gottes wird zur weltweiten Bekanntheit des Wesens und Charakters Gottes führen. Das haben wir an vielen Stellen in Jesaja schon gesehen und ist etwas, das für die Endzeit auch ganz entscheidend ist. Gott will, dass die ganze Welt weiß, wie er wirklich ist. Dieses Bild von dem Hauch des Herrn wird von dem Paulus später aufgegriffen in 2. Thessalonicher 2, wo er sagt, dass Jesus mit dem Hauch seines Mundes als wiederkommender König den Antichristen in der Endzeit besiegen wird. Vers 20, Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren. Was für ein schöner Vers für die Verheißung der Erlösung auf Jesus Christus hin. Paulus hat das ganz deutlich in Römer 11, Vers 26 und 27 auf Jesus Christus bezogen. Wer sich bekehrt, der wird Erlösung finden. Wir müssen uns umkehren von den Sünden, um gerettet zu werden. Die Apostelgeschichte hat hier viele gute Verse zu diesem Thema. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Hier finden wir einen ganz tollen Bezug zu den messianischen Prophezeiungen zuvor, denn von dem Messias heißt es ja, dass Gottes Geist auf ihm ruhen wird in Jesaja 11 zum Beispiel, Vers 1, auch in Jesaja 42. Und es heißt auch, dass er die Worte Gottes empfangen wird in Jesaja 51 und auch in Jesaja 49, Vers 4. Und diese Worte werden ewig bleiben. Sie werden Ewig Gültigkeit haben. Und deswegen können wir hier noch Jahrhunderte später über diese Worte reden und die Worte von Jesus, die Worte seines Geistes studieren und sie für uns persönlich in Anspruch nehmen. Und jetzt kommt mit Kapitel 60 ein gigantischer Aufruf, der so schön ist, dass man ihn wirklich lieb haben muss. Es heißt in Jesaja 60, mache dich auf, werde nicht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Die Israeliten sollten das Licht der Welt sein. Genau das hat später Jesus auch seinen Jüngern gesagt. Dieser Abschnitt gilt nicht nur für die Israeliten zur Zeit von Jesaja oder etwas später. Er gilt in einem besonderen Maße, auch uns, die wir als siebten Tags Adventisten aufgerufen sind, das Licht dieser Welt zu sein und die ganze Welt zu erleuchten. In Offenbarung 18, Vers 1 mit der Botschaft der drei Engel, dem Ruf raus aus Babylon hin zum ewigen Evangelium. Jesus selbst ist das Licht. So sagt er immer wieder in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und wenn Jesus in unserem Leben ist, wenn er in unserem Herzen regieren darf, dann geht die Herrlichkeit des Herrn, nämlich die Herrlichkeit Gottes, wie sie im Angesicht Jesu Christi sich zeigt, wie 2. Korinther 4, Vers 6 sagt, diese Herrlichkeit, die aus Gnade und Wahrheit besteht, wie Johannes 1, Vers 14 sagt, die geht über uns auf. Das heißt weiter in Vers 2, denn siehe, finsternes bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist ganz bewusst auch an den ersten Schöpfungstag angelegt. Dort war es düster. Es war wüst und leer und finsternes lag auf der Tiefe. Der Geist Gottes war dort und schwebte über dem Wasser. Und dann heißt es in Vers 3, in 1. Mose 1, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Durch Gottes Wort wird Licht in unserem Herzen. So sagt es 2. Korinther 2, 4, Vers 6, und durch Gottes Wort wird es Licht auch in dieser Welt. Gott sucht Menschen, die in ihrem eigenen Leben erleben, was am ersten Schöpfungstag passiert ist, in ihrem Herzen. Die Bibel sagt ja in 1. Petrus 2, Vers 9, dass Gott uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gehofen hat. Warum? Damit wir seine Tugenden, das heißt seinen Charakter, in der ganzen Welt verkünden. Wir haben gesehen, die Herrlichkeit Gottes, das ist sein Charakter, seine Gnade und seine Wahrheit. 2. Mose 33 und 2. Mose 34 sprechen von dieser Herrlichkeit, der Gnade und der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, werden wir durch den Heiligen Geist in dasselbe Bild dieser Herrlichkeit verwandelt. So sagt es 2. Korinther 3, Vers 18. Und in diesem Sinne geht tatsächlich die Herrlichkeit Gottes über uns auf. Und Gottes Wesen wird von seinem Volk, von gläubigen Männern und Frauen in dieser dunklen Welt reflektiert. Das ist es, was Gott sich so dringend wünscht von dir und von mir. Vers 3. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Wenn Christus mit seinem Charakter im Volk Gottes sichtbar wird, dann wird es die Heiden anziehen. Das ist ein Hauptmotiv, das wir in Jesaja immer wieder gefunden haben. In Jesaja 2 und Jesaja 11 und immer und immer wieder. Die Heiden werden zu Gott kommen, wenn sie sehen, wo er regiert, nämlich in den Herzen seiner Nachfolger. Hebe deine Augen auf und sie um dich. Diese alle kommen, versammel zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Auch dieses Bild ist uns vertraut. Die Sammlung der Kinder haben wir in Jesaja. 49er Vers 18 gesehen. Jesus greift diese Prophezeiung in Matthäus 8 Vers 11 auf und in Galater 3 wird gesagt, wer Christus angehört, der ist Abrahams Samen und deswegen ein Kind hier im Sinne von Jesaja 16. Da kommt ein Vers, den ich aus eigener Erfahrung gut bestätigen kann. Da heißt es in Vers 5, wenn du die siehst, das heißt, wenn Menschen sich zu Gott bekehren, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Ich habe in meinem Leben schon oft erlebt, wie Menschen ihr Leben Jesus übergeben haben. Es gibt kaum etwas Schöneres, als zu sehen, wenn ein Mensch sich für die Taufe entscheidet, wenn er sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Da kann man buchstäblich hüpfen vor Freude und strahlen und ist so berührt. Die Engel haben oft dieses Privileg, wenn sie so etwas sehen dürfen und auch du und ich, wir dürfen dieses Privileg haben, wenn wir Menschen durch liebevollen Dienst und durch unser Beispiel zu Jesus führen und ihnen den Weg zum ewigen Leben weisen. Lasst uns diese Freude nicht verpassen. Lasst uns diese Freude in unserem Leben haben. Vers 6. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Eva. Eva war ein Sohn von Midian nach 1. Mose 24. Sie alle werden von Sabakom, also aus Südarabien, dem heutigen Jemen, Gold und Weihrauf bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Alle Schafe von Keder werden sich zu dir versammeln. Also Keder ist Arabien, wie wir an anderer Stelle schon gesehen haben. Die Witter Nebajots werden dir zu diensten. Nebajot war der erstgeborene Sohn von Ismail. Sie werden als wohlgefälliges Opfer auf meinen Altar kommen und ich will das Haus meiner Herrlichkeit noch herrlicher machen. Wir sehen hier in sehr plastischer Sprache in der Lebenswelt des Jesajas beschrieben, wie die Heiden aus den unterschiedlichsten Gebieten, also aus dem Westen in Vers 5 das Meer und dann aus Arabien hier in Vers 6 und 7 kommen und Gott anbeten werden. Auch aus den entfernten Ecken der Erde werden Heiden kommen und Gott dienen. Und Paulus hat diesen Vers hier, Vers 7, explizit in Römer 15, Vers 16 auch auf seine eigene Heidenmission angewandt. Vers 8. Wer sind die, welche gleich einer Wolke daherfliegen und wie Tauben zu ihren Schlägen? Ein Bild also für die vielen Menschen, die hier kommen. Eine Wolke ist in Hebräer 12, Vers 1 auch ein Bild für gläubige Männer und Frauen. Ja, auf mich warten die Inseln und die Tarsischschiffe kommen zuerst, um deine Söhne aus der Ferne herzubringen, herzubringen samt ihrem Silber und Gold für den Namen des Herrn deines Gottes und für den Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. Also hier sind wieder die Inseln im Mittelmeer, gemeint Tarsis. Das sind natürlich die Tarsischschiffe, die wir aus Jesaja 2 kennen, die bis nach Spanien gefahren sind. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir alle Söhne Gottes und das himmlische Jerusalem ist unsere Mutter. Der Name des Herrn ist, wie wir gesehen haben, Gottes Charakter der Liebe und Gnade und Jesus hat diesen Charakter offenbart und Paulus hat als Heidemissioner diesen Namen Gottes, den Heiden, verkündigt. Interessant ist, dass dieser Nachsatz hier, weil er dich herrlich gemacht hat, ein direktes Zitat aus Jesaja 55, Vers 5 ist, wo ebenfalls die Heidemission thematisiert worden ist. Und Vers 10 Und Fremdlinge werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen, denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Auch diese Idee kennen wir bereits aus Jesaja 54 oder Jesaja 57, dass Gott einen kurzen Moment zornig gewesen ist, aber jetzt in überwallender, in großer Gnade sein Volk wieder zu sich zieht. Vers 11 Seine Tore sollen stets offen stehen und Tag und Nacht nicht zugeschlossen werden, damit der Reichtum der Heidenvölker herzugebracht und ihre Könige herbeigeführt werden können. Denn hier sehen wir, wie dieses Bild, dass auf der einen Seite, oder diese Vision von der Wiederherstellung Jerusalems sich weitet zu diesem Bild der Mission für alle Völker, wie sie dann in Offenbarung 14, Matthäus 28, in Offenbarung 18 beschrieben wird und dann schließlich hier in diesem Vers sogar in die Vision der neuen Erde einmündet. Denn das, was hier in Vers 11 beschrieben ist, wird in Offenbarung 21, Vers 25 aufgegriffen, wo es eine endgültige Erfüllung haben wird. Genauso auch mit den Königen, die dann dort dienen und ihren Reichtum in die Stadt, in das neue Jerusalem bringen werden. Dort schon auch Vers 24 und 26. Vers 12 Denn das Volk und das Königreich, das dir nicht dienen will, wird umkommen und diese Nationen sollen vollständig vertilgt werden. Wir sehen hier also auch wieder einen endzeitlichen Charakter. Alle diejenigen, die dem Evangelium nicht gehorsam gewesen sind, die das nicht angenommen haben, sie werden vollständig vertilgt werden, wie uns Offenbarung 20 auch sehr deutlich zeigt. Die Herrlichkeit des Libanon, das ist die Zeder, wird zu dir kommen, Wacholderbäume, Platanen und Zypressen miteinander, um den Ort meines Heiligtums zu schmücken. Denn den Schemel für meine Füße will ich herrlich machen. Dieses Bild vom Schemel für die Füße hat schon David gebraucht in 1. Chronik 28, Vers 2 als eine Metapher für den Tempel. Und tief gebückt werden die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich zu deinen Fußsohlen niederwerfen und dich statt des Herrn nennen. Zion des Heiligen Israels Auch hier wird Bezug genommen auf Gedanken, die wir schon in Jesaja 14 und 45 und 49 gesehen haben. Wir sehen also, wie sehr diese Visionen immer wieder miteinander verknüpft sind und man dieses Buch gar nicht aufteilen kann. Es ist eine große Komposition, wo immer wieder Gedanken aufgegriffen werden und miteinander verknüpft werden. Dafür, dass du verlassen und verhasst gewesen bist, so dass niemand dich besuchte, will ich dich zum ewigen Ruh machen, dass man sich über dich freuen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Wir hatten auch das gesehen. Die Israeliten dachten im babylonischen Exil, dass sie verlassen sind. Jesaja 49 sprach davon, Jesaja 54 sprach davon, aber Gott möchte ihnen ewigen Ruhm schenken, eine ewige Freude, wie es Jesaja 35, Vers 10 schon gesagt hat. Du wirst die Milch der Heiden saugen und dich an königlichen Brüsten nähren. So wirst du erfahren, dass ich der Herr, deiner Retter bin und dein Erlöser, der mächtige Jakobs. Auch diese Idee haben wir immer wieder gesehen. Durch die persönliche Erfahrung der Erlösung sollen die Menschen erkennen, wer Gott wirklich ist. Man kann Gott theoretisch etwas über ihn lernen, indem man Verse liest oder Predigten anhört, aber erst, wenn man selbst erlebt hat, wie er einen rettet, dann kennt man ihn wirklich. Liebe Freunde, ich darf euch sagen, aus eigener Erfahrung, wenn man erlebt, wie Gott für einen wirkt, wenn man erlebt, wie man Vergebung erhält, wenn man erlebt, wie er einem Kraft schenkt, auch zum Überwinden, dann weiß man, dass es Gott gibt und man hat ihn erkannt und man kann Tag für Tag mit ihm leben. Wir haben das Vorrecht, von Gott nicht nur gehört zu haben, wir haben das Vorrecht, zu wissen, dass er existiert und zu wissen, dass er gut ist, weil wir selbst geschmeckt haben und getastet haben, dass er wirklich für uns ist. Statt Erz will ich Gold herbeibringen und statt Eisen Silber, statt Holz aber Erz und statt der Steine Eisen, ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu deiner Verwaltung. Heute wird viel über Regierung diskutiert, aber Gott sagt, in meinem Reich hat die Regierung ein Prinzip, nämlich das Prinzip des Friedens, das Prinzip der Gerechtigkeit und weil Jesus die personifizierte Gerechtigkeit ist, sein Name ist ja der Herr, unsere Gerechtigkeit, weil er der Friedensfürst ist, deswegen ist er der König im Reich Gottes. Man wird in deinem Land von keiner Gewalttat mehr hören, noch von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern sollen heil und deine Tore Ruhm genannt werden. In Jesaja 26 wurde gesagt, dass die Errettung eine Mauer ist und dementsprechend werden die Mauern von Neu-Jerusalem nach dem Evangelium genannt werden. Vers 19 und 20 Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Auch das erfüllt sich buchstäblich auf der neuen Erde, wie uns Offenbarung 21 sehr deutlich zeigt. Es wird zwar noch Sonne und Mond geben, aber ihr Licht wird gar nicht mehr von Nöten sein, weil Gottes Glanz und Helligkeit noch viel heller scheinen wird als Sonne und Mond. Vers 21 Und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen. Offenbarung 21 offenbart, dass kein Ungerechter, kein Unreiner, kein Unzüchtiger, kein Lügner, kein Zauberer, niemand, der die 10 Gebote übertritt, wird hineingehen können, aber lauter gerechte Menschen, die die Gerechtigkeit Gottes gesehen haben, angenommen haben in ihrem Leben und die erlaubt haben, dass durch den Heiligen Geist die Gerechtigkeit Gottes in ihnen sichtbar geworden ist und die Gerechtigkeit geübt haben, dass sie jetzt durch Gottes Geist echte, tatsächliche Gerechte sind, die jetzt hier in Neu-Jerusalem leben dürfen und das Land auf ewig besitzen. Jesus hat gesagt in Matthäus Kapitel 5 und dort Vers 5 Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Als Schössling meiner Pflanzung, ein Werk meiner Hände, mir zum Ruhm, ein ganz toller Vers, denn hier wird deutlich, wie sehr Jesus sich mit seinem Volk identifiziert. Schössling ist ein Begriff, den wir vorher in Bezug auf den Messias gelesen haben. Jesaja 11 hatte von dem Messias als einem Schössling gesprochen, auch Jesaja 53 am Anfang. Und das ist noch ein weiteres Beispiel, um deutlich zu machen, wie sehr Jesus und sein Volk auch im Buch Jesaja verbunden sind. Wir haben in Jesaja vorher gesehen, sehen, dass sie beide Israel genannt werden, beide Knecht Gottes, Immanuel. Begriffe, mit denen Jesus deutlich macht, wie sehr er sich mit seinem Volk identifiziert, auch wenn er charakterlich genau das Gegenteil oft gewesen ist von dem sündigen und abgefallenen Volk. Aber Gott, Jesus identifiziert sich mit seinem Volk, um es dort abzuholen, wo es ist und dann zu sich zu führen. Hier wird deutlich in diesem Vers, es ist Gottes Pflanzung, es ist das Werk seiner Hände, ein Ausdruck für seine schöpferische Kraft, denn wenn jemand in Christus Jesus ist, ist er eine neue Kreatur. Wir sind Gottes Schöpfung geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Die Erlösten sind Neugeschaffene. David sagt, erschaffe mir ein reines Herz. Möge Gott auch uns jeden Tag dieses neue Herz schenken, möge uns bewusst sein, dass er uns neu machen möchte. Vers 22, der kleinste wird zu tausend werden und der geringste zu einem starken Volk und jetzt kommt in Vers 22 am Ende, ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Wörtlich müsste man eigentlich übersetzen und schade, dass das die meisten deutschen Übersetzungen nicht tun. Im Hebräischen steht wörtlich, ich werde das zu seiner Zeit beschleunigen. Heute wird oft darüber diskutiert, ob man das Werk Gottes beschleunigen kann. Gott selbst sagt, ich werde dieses Werk beschleunigen und er sucht Menschen, Männer und Frauen, Brüder und Schwestern im Herrn, die bereit sind, mit ihm dieses Werk zu beschleunigen. Nicht um ihn zu überraschen, nein, das kann man nicht, Gott kennt die Zukunft, aber mit ihm auf das Gaspedal zu drücken, sich aufzumachen, Licht zu werden, um das, was Jesus auf der Erde getan hat, in alle Welt zu verbreiten, sein Gesetz wieder hoch zu halten, seine Erlösung zu verkündigen, zu zeigen, was Jesus für mich und für dich getan hat, um dann anderen deutlich zu machen, er kann dasselbe vor euch auch tun. In einer Zeit, in der das Gesetz Gottes angefochten wird und angegriffen ist, es wieder herzustellen, so wie in Jesaja 58 beschrieben wird, damit alle, auch die Heiden, die noch zu sich ihm bekehren werden, den Sabbat halten werden, wie Jesaja 56 sagt, wir sehen, Jesaja 56 und 58 und 60 beinhalten in einem besonderen Maße gegenwärtige Wahrheit für uns. Gott sucht Menschen, die sich ihm anschließen, die ihm folgen, die sagen, ja, du möchtest es beschleunigen und du möchtest mich gebrauchen, ich möchte mit dir dieses Werk beschleunigen, ich wünsche mir, bald in Neu-Jerusalem zu sein und ihr Lieben, dazu brauchen wir eine persönliche Erfahrung mit Jesus jeden Tag, wir müssen erleben, wie durch die Beschäftigung mit seinem Wort und seinem Heiligen Geist wir verwandelt werden in sein Bild, wie die Herrlichkeit Gottes über uns aufgeht und andere Menschen in unserem Leben erkennen können, hier ist wirklich die Kraft Gottes am Werken. Wünschte dir, so ein Mensch zu sein, der anderen Menschen zeigt, durch sein praktisches Leben, wie Jesaja 58 es zeigt, wie Gott wirklich ist, dass deine Heilung rasche Fortschritte macht, dass dein Licht hervorbricht, und dann die ganze Welt umfasst, wie Offenbarung 18 beschreibt, dass ich endlich Offenbarung 18 erfüllen kann, dass wir heimgehen können. Ich wünsche mir so sehr, dass ich noch näher bei Jesus lebe. Was ist mit dir? Und auch gemeinsam beten, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für diese wunderbaren Kapitel, die uns zeigen, in welcher Zeit wir leben und was jetzt unsere Aufgabe sein muss. Herr, vergib uns, dass wir oft uns mit Nebensächlichkeiten beschäftigen und das, was du in deinem Wort als Hauptsache uns zeigst, nicht so beachten, wie wir es eigentlich beachten müssen. Herr, hilf uns, dass wir jeden Tag aus deinem Wort leben, dass dein Geist uns verändern kann, dass wir den Sabbat als ein besonderes Geschenk nehmen, um viel Freude mit dir zu haben und dass wir bereit sind, uns aufzumachen, in unserer Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis, wo immer, ein Licht zu sein, Gutes zu tun, um zu zeigen, wie du wirklich bist und dann ein Licht zu sein bis an die Enden der Erde, damit dieses Werk beschleunigt, abgeschlossen werden kann, so wie du es dir wünschst und wir bald einmal bei dir im himmlischen Jerusalem als Gerechtgemachte und durch deinen Geist Gerechte dort leben können und mit dir für alle Ewigkeiten dort sein können. Herr, das wünschen wir uns so sehr. Wir danken dir, dass durch deine Kraft es möglich sein wird. Im Namen Jesu. Amen. Damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn wir dann die letzten sechs Kapitel dieses so unglaublich tollen Buches gemeinsam studieren. Bis dann wünschen wir euch Gottes reichen Segen und viel Freude und im Studium und im Umsetzen seines Wortes. Gott mit euch. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!